Das ist mal Grundvoraussetzung. Schafazic. Es sollte jetzt zügig gehen. Oh, was für ein wilder Dreier von Schafazic. Ein Punkt für die Letten, es wird gleich wieder gefoult werden. Und man ist dann in dem Bereich, Stefan, mit so einem erneut dann zum Ausgleich zu kommen. Aber die anderen, die Türken, die Serben, die Franzosen, die Spanier, natürlich auch hart erwischt. So, und jetzt mit einem Angriff, und das muss kein Dreier sein, und einem Erfolg, kommt man zum Ausgleich. Schafazic, der nimmt den Dreier. Und er trifft das Ding! Und da war sogar meiner Meinung nach noch ein Foul im Spiel. Naja, und jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Kein Foul, für drei, der ist daneben. Und die deutsche Mannschaft gewinnt dann durch zwei irre Dreier. Souverän, souverän, Frank, souverän. Nein, 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 es war ein Krimi, und der Schafazic zeigt einmal mehr, dass er ordentlich, wie umschreibe ich das jetzt, dass es fernsehtauglich ist um diese Zeit, also dass er mumm in den Knochen hat.